ja liebe Freunde Herzlich Willkommen zum neuen CSGO Video und ja ich habe heute CSGO geöffnet und was sehe ich hier Overwatch ja und da dachte ich mir einfach mal schaue ich doch mal rein denn ich habe jetzt Overwatch freigeschaltet genau bei 150 Wins wie gesagt ich schaue jetzt einfach mal rein mal gucken was uns so erwartet ja ich will ja anfangs nicht zu viel sagen also nicht gleich ja mal sagen dass das ein Hacker ist ja sondern einfach mal abwarten ich möchte abwarten was sich so ergibt aus dem Overwatch ich werde noch irgendeinen passenden Namen dazu finden und dann also ihr werdet es wahrscheinlich sehen wenn die Folge hochgeladen ist weil mir ist jetzt noch kein Name eingefallen so auf die Kürze weil das ist jetzt ein sehr spontanes Video ja und äh ich muss mich erst mal kurz erinnern wie ich hier dieses Fenster mache ich glaube so ja genau der lieber Suspect bleibt anfangs öfter stehen er steht 6 1 für die und er hat 9 0 und hat eine Awe der da oben hat ihn ja angeschossen das heißt er weiß dass es da oben einer ist und jetzt wird wahrscheinlich eingesagt willkommen dass die auch lange durchkommen das kommt dann das ist ja noch Platz 1 also bislang nix auffälliges erläuft jetzt hier halt mit dem Messer rum das ist ja alles in Ordnung ok ja gut da sind die üblichen Spots wenn man natürlich drauf kommt da finde ich jetzt nichts außergewöhnliches erwinnen der wird dir angezeigt dass der da ist das war gerade ein 4k von ihm er hat immer noch die Awe diesmal guckt er nicht Mitte weil Mitte schon andere die Messer wer wirst geflasht die mit dem vorgenommen zurück ist klar for what ok 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 das ist ja also gerade so der erste ja und der letzte die waren schon ein bisschen eigenartig so also die Bombe kommt wieder auf B mal gucken ich mach mal ein bisschen langsamer ok da kommt da kommt aber nichts da können wir eigentlich normal weiter laufen lassen ok der der wurde jetzt getötet von Tunnels deshalb verschiebt jetzt auf Mitte ok das ist eigentlich ganz normal geht jetzt kommt immer noch ein bisschen immer noch ein bisschen ok ok jetzt geht er auf B ach scheiße war ich zu spät also ich ich denk mal dass es einfach ein wie soll ich sagen wahrscheinlich ein Smurfs sein wird weil die gegen wir sind 8 1 um wahrscheinlich ein bisschen mehr und wie gesagt also bis lang bis auf die zwei Schatz aber die waren eigentlich auch ziemlich ziemlich letztendlich wenn man halt wie sagt man gut das Mörfisch so aber warum der guckt jetzt ok den hat er verfehlt was ist denn so keine Ahnung ok er hat keine Ahnung wahrscheinlich die Steps gehört muss ich wahrscheinlich bisschen lauter machen 17 0 hat er in der 10. Runde ok ok ja schon mal einen Grund ihn zu reporten also die hat die Gegner hatten wahrscheinlich schon einen Grund zu reporten denke ich immer ok der hat geschossen das heißt er weiß dass da einer ist ok ok das ist der hat er das gleich sehen also er hat ja er hat ja davor wie soll ich sagen Short abgeaimt ja und dann plötzlich beim nächsten Scope ich will nicht sagen aber beim nächsten Scope hat er halt plötzlich unten die Box abgedeckt meiner bloß aber man soll ja man soll ja ankreuzen wenn man es nicht genau weiß dann wird immer das unterrecken also das ist ankreuzen dass er nicht hackt so der kommt jetzt ja gut der ist halt vorbeigegangen boah schwierig also wie gesagt ich denke nicht dass es ein Hacker sein wird sondern einfach ein Smurfer also er kriegt auf jeden Fall Creeping rein weil er am Anfang stehen bleibt wahrscheinlich schreibt er da noch mit irgendjemand so warum guckt er jetzt lang was wäre ich mit ihm was wäre ich mit ihm ok 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 die ist jetzt aber auch interessant was macht er Alter kriegt auf jeden Fall Creeping rein der bleibt der ist afk weil ich hab gesehen als der eine da vorbeiging also als die auf ähm als die auf äh Spot gepusht sind Alter man hat man hat ihn gesehen gehabt man hat ihn gesehen gehabt was ok was macht er die ganze Zeit jetzt wenn die Runde vorbei ist und wenn die Runde wieder anfängt steht die ganze Zeit afk rum auch wenn es nur ganz kurz ist ja aber sobald die Runde vorbei ist steht er afk rum und sobald die Runde anfängt steht er mal kurz afk rum so jetzt die pushen nicht raus ok wollen nicht langsamer machen in Tandos ist schon einer reingepusht ok er weiß jetzt aber dass da dass da ein teammate gestorben ist das heißt einer ist da äh auf jeden Fall so bumm warum verschiebt der jetzt plötzlich von B weg weißt der I'm throwing a flashback Fire in the hole Flashback I'm throwing smoke Na gut hat er den Flick nicht getroffen Smoke Grenade ich frage mich ja warum warum die nicht auf A gehen also er hat schon mal ein gutes Crosshair Placement aber ich glaube die Gegner sind einfach dass der dass der oft ziemlich ach ja also ich ich denke mal so ich schätze mal so die Gegner auf Goldenoberbereich weil die Gegner drücken nicht wirklich was wie gesagt er ist ja nicht einmal down gegangen 24 0 äh ja er drückt ja echt extrem krass ey was ich vielleicht guck was macht er jetzt er steht einfach er steht einfach hin er macht nichts auch wenn es am Ende der Runde ist aber was macht er da da er ist er wie gesagt bis jetzt was ich jetzt gesehen habe denke ich äh wie gesagt denke ich nicht dass das ein Hacker ist es ist einfach kann ich mir jetzt vorstellen es ist die gemacht haben ein smurf auf keine ahnung ich kann es nicht einsetzen was der ist vielleicht le rum die mc le rum keine ahnung die märz vielleicht sind wir da rein wie gesagt ich glaube also die terroristischen die sind nicht wirklich gut also wie gesagt ich schätze die auf Gold nur und das ist Gold, Nova, also Gold Nova 1, 2, vielleicht, 3... Irgendwie so in dem Bereich.. Weil die, wie gesagt, die drücken nichts die Gegner. Er hat von 27, 27 kills, ein Headshot wurde von 42 % das ist natürlich auch krass. Das geht spielen sogar der Autosniper. war jetzt letzte runde aber ich muss ganz ehrlich sagen für mich war da jetzt nämlich wirklich was wo ich sagen kann das ist ein hacker wir haben den wahrscheinlich reportet weil er 27 0 hat er weil er gut drückt ja gut ist ein spot, den guckt man eigentlich immer, den guckt selbst nicht, auch wenn ich nicht das 2 spiel er guckt links, er guckt rechts, ja ok, nein also ja jetzt wird die demo vorbei sein erste folge, ups, das war falsch als erste folge habe ich keine eindeutigen beweise, das ist für mich kein Hacker, deshalb überall insofern, in, zu, was, in, zu, visuell, evidens, ja ähm, mich würde natürlich interessieren, was ihr dazu denkt, also schreibt es gerne in die Kommentare rein oder lasst einen lasst einen Daumen hoch oder einen Daumen runter da und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal bitte und bis dahin, tschüss tschüss